Keine Angst, King Crimson, ich... Nein, ich rette dich. Das war knapp, Cleft. Reiches Doppelkinn-Wunder. Da wären wir. Mal sehen, wie die Reichen leben. Nun, äh, 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 äh... Mein Sohn. Ja, richtig, mein Sohn. Die zwei Minuten Aufmerksamkeit, die wir dir jeden Tag geschenkt haben, waren die reine Freude. Nun ja, Zeit ist Geld. Geld? Geld? Wo? Habe eine schöne Zeit mit einem seltsamen farbenen Frettchen. Ich hab einen Verdacht, wieso Remy bei allem mitmischen kann. Remy Buxelplenty hat mindestens einen Zauberparten. Ihr habt's gewusst? Entschuldige, Timmy, so wollen es die Regeln. Wir dürfen nicht verraten, welche anderen Kinder auch einen Zauberparten haben. Das musst du allein herausfinden. Kennst du seinen Paten? Wer? Ich? Nein, nein, wieso denn? Woher? Ich hab keine Ahnung. Du kennst ihn. Ich wünsche es zu hören. Wenn's unbedingt sein muss. Sein Name ist Rondissimo Magnifico. Er ist mein Ex-Verlobter. Timmy Turner hat auch helfende Elfen. So, so. Wieso hast du mir das nicht gesagt? Aber es ist uns verboten. Steht so in den Regeln. Und ich bin ein Elfen der Elfen mit Prinzipien. Und Prinzipien sind, genauso wie meine Muskeln, muy bonito. Una vida es el principal, es no es una vida. Wenn Turner sogar zwei Zauberparten hat, könnte er sich wünschen, noch reicher zu sein als ich. Ich wünschte, seine Zauberparten würden ihn verlassen. Ich kann nicht. Elfen können nicht und andere Elfen weggewünscht werden. Wer so etwas tut, wird hart. Bestraft werden. Bestrafung ist muy malo. Zauberparten können nur von ihrem Patenkind weggewünscht werden, oder? Wir sind es verlassen nach einem Duell. Zauberpartenkind gegen Zauberpartenkind. Der Gewinner behält Elfenbeistand. Der Verlierer jedoch, mit anderen Worten, also Turner, vergiss, dass er je helfende Elfen hatte. Hallo, Turner. Baxe, Blenty. Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Du weißt, ich habe einen Zauberparten. Und ich weiß, dass du gleich zwei Zauberparten hast. Wanda, mein Engel. Ich habe dich vermisst, wie die Sonne die Morgendämmerung vermisst. Oh, das ist wirklich sehr schmeichelhaft. Aber das ist meine Hand, Amigo. Und weißt du was? Ich brauche keinen Zauber, um daraus eine Faust zu machen. Habe ich erst meinen Zauberstab? Dann mach dich auf was gefasst. Hast du gesehen, wie er seine Hand fast zur Faust ballte? Ich kann froh sein, noch zu leben. Nun denn, wie viel wird es mich wohl kosten, dich zu überreden, deine Zauberparten wegzuwünschen? Hm. Hm.